Friedrich Nietzsche Wir und die Anderen Alles, was wir für uns tun, tun wir um der Anderen willen. Aber auch alles, was wir für die Anderen tun, tun wir um der Anderen willen. Dies ist aber kein Altruismus. Nicht an den Anderen denken, alles strengstens um seiner Selbstwillen tun, ist auch eine hohe Moralität. Der Mensch hat so viel für sich zu tun, dass er immer fahrlässig ist, wenn er etwas für Andere tut. Weil so viel für Andere getan wird, deshalb sieht die Welt so unvollkommen aus. Der höchste Grad von Individualität wird erreicht, wenn jemand in der höchsten Anarchie sein Reich gründet als Einsiedler. Habt ihr euch geübt, an Andere zu denken und für sie etwas zu tun, so bleibt, wenn euch unmöglich ist, euer Ziel zu erreichen, sehr viel übrig, nämlich das der Anderen zu fördern. Es ist gut und klug, diese zwei Seiten zum Spielen zu haben. Den Anderen begreifen und auf uns von ihm aus hinzusehen, ist unentbehrlich für den Denker. Wenn er mich sehr bäte oder ich erriete, dass er meiner sehr bedürfte, ich würde trotz allem besseren Wissen auf seine Seite treten. Dies wäre meine Schwäche, lieber uns im Stich lassen und die, die unser bedürfen. Und wir sind vieler Verstellung fähig und folglich auch vieler Umbildung und zweiter Ehrlichkeit. Und wir sind vieler Verstellung. Untertitelung des ZDF, 2020